Wie war es in der ersten Halbzeit? Ja, gerade in der ersten Halbzeit haben wir eine Menge Chancen gehabt. Natürlich eine ganz dicke, obwohl sie quer spielt auf Holla. Das sind so Bälle, wo man sagt, die müssen drin sein, auch so ein Geschenk mal anzunehmen. Ansonsten waren wir sehr dominant, haben auch ein paar Halbchancen liegen lassen, die wir nicht gut kombinieren, nicht gut ausspielen. In der Analyse haben wir aber auch festgestellt, dass auch mal ein Tor reichen kann, um zu gewinnen. Dass man am Ende auch ein Tor kassiert hat aus dem Nix, aus dem Einwurf, verliert einen Ball, hat zwei, drei Zweikämpfe in Folge, die man verliert. Von daher bin ich nicht nur bei den Chancen, sondern ich sage auch, wir müssen als Mannschaft noch mal schärfer verteidigen, dass man so ein Spiel auf jeden Fall nach Hause bringt. Wir haben natürlich einen Fokus auf die Defensive gelegt, das tun wir aber eigentlich immer. Aber auch noch mal so einen Schlüssel zu finden im Spiel, wenn wir wissen, es geht zum Ende des Spiels, einfach noch mal konzentrierter zu sein, einfach noch mal die Jungs auch untereinander sich anzufeuern, noch mal so einen Fokus zu schaffen, gemeinsam. Und das ist keine Sache von Abwehr oder Sturm, sondern wirklich gemeinsam zu verteidigen, gemeinsam anzugreifen und noch mal so eine Kompaktheit zu haben, wie wir sie eigentlich größtenteils des Spiels haben. Ja, nach wie vor Dominik Bauer, Dennis Kempe stehen nicht zur Verfügung. Robin Häuser hat noch sein zweites Spiel Sperre abzusitzen. Und dann haben wir Strille, der fraglich ist, der wieder angefangen hat, ob das möglicherweise reicht, am Samstag zum Einsatz zu kommen, wissen wir noch nicht. Und Bjarke Jakobsen steht nicht zur Verfügung. Der Schlag war so stark, dass er behandelt werden musste und operiert werden musste und ausfällt. Und ansonsten stehen alle Jungs zur Verfügung. Ja, natürlich schaut man immer darauf, ob man was wechselt, ob sich Spieler aufdrängen, auch im Verlauf der Woche. Dann natürlich auch taktisch, was möglicherweise auch zum Gegner passt, frische Kräfte zu bringen, ist für mich immer ein Thema. Insgesamt mit der Leistung und mit dem Einsatz der Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, dass man sieht, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben in unserer Intensität, Chancen rauszuspielen, als Mannschaft zu agieren, diese Geschlossenheit. Und trotzdem muss man immer drauf schauen. Und trotzdem muss man immer auch darauf achten, dass Jungs möglicherweise jetzt in die Bresche springen und auch ihre Leistungen bringen können. Deswegen bin ich auch noch nicht ganz durch, was jetzt zum Beispiel die erste Elfer angeht. Ich habe natürlich zwei Gefühle in meiner Brust. Natürlich gerade nach so einem Spiel, wo man das Gefühl hat, man kann gewinnen und man muss vielleicht gewinnen, ist man natürlich enttäuscht. Und dann sehe ich aber das Ganze und sage, dass die Mannschaft wirklich alles einsetzt und sehr gewissenhaft trainiert und spielt und wirklich alles gibt, mit sehr viel Leidenschaft kämpft und sich sehr viele Chancen rausspielt. Man darf auch nicht vergessen, dass mit Gustav Nilsson der Topscorer gegangen ist und wir haben ja nicht viel Zeit gehabt, dann sofort wieder da zu sein. Gustav hat das erste Spiel gemacht, war dann weg und dann haben wir es geschafft, das Ganze zu kompensieren und eine andere Konstellation gefunden, die auch sofort funktioniert hat. Von daher, man nimmt viele Dinge immer so als Selbstverständnis hin. Ich weiß zu schätzen und auch den Einsatz der Jungs zu schätzen, dass wir sofort da waren, dass wir sofort einen neuen Weg eingeschlagen haben und auch gezeigt haben, dass wir so erfolgreich sein können. Natürlich sind wir auf dem Weg und müssen lernen, aus unserer Spielenanlage und aus dem Ganzen, was wir einsetzen, natürlich mehr Punkte zu holen. Aber ich sehe das Ganze natürlich am Ende auch als Weg und diese Veränderung darf man auch nicht unterschätzen. Ja, FC Ingolstadt ist ein Top-Team in der Liga, hat sich, glaube ich, hochklassig verstärkt, haben natürlich einiges an Möglichkeiten, auch vorher schon, glaube ich, einen guten Kader gehabt, sind gut gestartet, haben mehr Punkte als wir und trotzdem sehe ich, egal ob zu Hause oder auswärts, sehe ich ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, dass wir unsere Qualitäten haben, ich glaube, dass wir für jeden Gegner auch gefährlich sein können. Wir wissen um die Qualität von Ingolstadt sehr intensiv, auch gerade nach vorne, wirklich auch gefährliche Jungs, Patrick Schmidt noch selbst gehabt, auch Testroth, glaube ich, alles erfahrene Spieler, die auch schon eine Klasse höher bewiesen haben, dass sie treffen können. Und deswegen werden wir einen guten Tag haben müssen, wir müssen gut verteidigen, müssen eiskalt sein, wir werden mit Sicherheit nicht so viele Chancen bekommen wie in den letzten Spielen, umso mehr muss man die nutzen, die man hat. Ich rechne mit einem sehr intensiven Spiel, mit einem hektischen Spiel, mit sehr viel Einsatz, mit, glaube ich, sehr viel Kampf und ich freue mich drauf, natürlich auch an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren und da ein gutes Spiel zu machen.